Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Ist Macron der Pyromane? Neue Wahlen in Frankreich. Die politische Landschaft in Frankreich steht erneut vor einem Wandel. Emmanuel Macron, der amtierende Präsident, hat sich in der letzten Zeit als reformfreudig erwiesen, allerdings nicht ohne das Land in ein gewisses Maß an sozialen Unruhen zu stürzen. Nun stehen Neuwahlen an und die Frage, ob Macron für eine zweite Amtszeit gewählt wird, beschäftigt sowohl politische Analysten als auch die allgemeine Bevölkerung. Den neuesten Umfragen zufolge bleibt Macron trotz seiner umstrittenen Reformen ein Favorit. Seine Politik zeichnet sich durch klare neoliberale Züge aus, was sowohl Zuspruch als auch heftige Gegenreaktionen hervorgerufen hat. Besonders die Gelbwesten-Proteste haben die gesellschaftliche Spaltung verstärkt sichtbar gemacht. Gegenmaßnahmen wie die Einführung eines landesweiten Dialogs und wirtschaftspolitische Kompromisse reichten nicht aus, um für Ruhe und Stabilität zu sorgen. Gemäß einer aktuellen Umfrage des Instituts Francais d'Opinion Publique, IFOP, sind Macrons Zustimmungswerte überraschend stabil. Etwa 33 Prozent der Befragten gaben an, ihn erneut wählen zu wollen. Das zeigt, dass trotz aller Kritikpunkte Macron weiterhin eine beachtliche Basis hat, erklärte Antoine Bristiel, ein führender Politikwissenschaftler. Ein Großteil dieser Stabilität lässt sich auf Macrons wirtschaftspolitische Agenda zurückführen. Unter seiner Führung wuchs die französische Wirtschaft in einem soliden Tempo. Der soziale Frieden blieb jedoch auf der Strecke. Insbesondere stieß die Reform des Rentensystems auf Widerstand. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters und die Anpassung der Rentenansprüche wurden von vielen Bürgern als äußerst ungerecht empfunden. Die internationale Bühne kritisiert ihn zunehmend. Besonders seine Rolle in der EU, sein Umgang mit Afrika und sein zwiespältiges Verhältnis zu den USA werfen Fragen auf. Kritiker werfen ihm vor, zu sehr auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein und dabei das gemeinsame europäische Interesse zu vernachlässigen. Evoque betont die soziale Dimension. Macron scheint mehr ein Pyromaner zu sein als ein Löscher, kommentierte der Soziologe Didier Eribon in einem Interview mit Le Monde. Er entfacht soziale Brände und bietet dann Kompromisse an, die oft nur auf dem Papier gut aussehen. Es ist eine pessimistische Einschätzung, die aber anscheinend von vielen Franzosen geteilt wird. Trotz dieser Spannungen drängen Macrons Unterstützer darauf, dass er zweifellos der geeignetste Kandidat ist, um Frankreich durch diese turbulente Zeit zu führen. Er verfügt über die erforderliche Erfahrung und den internationalen Einfluss, um Frankreich in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, sagt Gérard Colombe, ehemaliger Innenminister und enger Verbündeter des Präsidenten. Der Ausgang der Wahlen bleibt also spannend. Während Macron weiterhin versucht, seine Vision von einem modernisierten Frankreich umzusetzen, ist die Bevölkerung gespalten. Werden die Franzosen ihm eine zweite Chance geben? Oder wird einer seiner Kontrahenten das politische Ruder übernehmen? Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, in welche Richtung sich das Land bewegen wird. In Deutschland wird die Entwicklung in Frankreich aufmerksam verfolgt. Eine stabile und starke französische Regierung ist im Interesse der Europäischen Union, gerade angesichts der zahlreichen globalen Herausforderungen. Sollte Macron wiedergewählt werden, steht er vor der schwierigen Aufgabe, das Vertrauen und die Unterstützung der gesamten Bevölkerung zurückzugewinnen und einen nachhaltigen sozialen Frieden herzustellen. Anita Farke, Montag, 10. Juni, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.